Anna, ich habe Tipps Coin geschaffen, um eine Welt zu schaffen, in der jeder auf der Welt reich werden und glücklich leben kann. Ich habe Tipps Coin für Menschen in Südostasien und Afrika geschaffen, die weniger als 1 Dollar pro Tag zum Essen haben. Ich bin der Vertreter von Kadiak Coin und Tipps Coin Foundation. Die Menschen, die Sie jetzt sehen, sind 1,5 Milliarden Menschen in Indien. 550 Millionen Menschen in Pakistan und Indonesien. Es gibt 4 Milliarden Menschen in Südostasien auf der ganzen Welt. Ich habe mich darauf konzentriert, Indien, Indonesien und Pakistan zu fördern. Deshalb schürfen Tipps Mitglieder in den drei Ländern aktiv Tipps Coin. Menschen in Ländern mit einer Bevölkerung von 2,1 Milliarden von der Weltbevölkerung von 7 Milliarden gehen im Voraus vor, weil sie wissen, dass Tipps Coin ein großes Geld sein wird. Es wird sich bald schnell nach Südostasien und Afrika ausbreiten. Tipps Coin wird ein großes Geld sein. Wenn Sie mit dem Vertreter von Kadiak Coin und Tipps Coin Foundation in Kontakt treten, ist das ein kurzer Weg zum Reich werden. Die betrügerische Coin Foundation gibt keine persönlichen Informationen weiter. Ich kommuniziere mit Menschen auf der ganzen Welt. Ich werde meine Informationen über YouTube und WhatsApp at Naver offenlegen. Jeder, der sich mit mir verbindet, wird reich. Wenn Sie mir vertrauen und sich uns anschließen, werden Sie unglaublich reich. Und wenn Sie mich abonnieren, können Sie jeden Tag Informationen darüber erhalten, wie Sie Geld verdienen können. Diese Frau hat Instagram verlassen. Warum hat sie Instagram verlassen und ist zu Tipps gewechselt? Koreaner zahlen Geld, um Tipps Coins zu schürfen. Von Koreanern geschürfte Coins werden derzeit zu 5 US Dollar und 50 Cent pro Aktie gehandelt. Ausländer schürfen jedoch kostenlos. Der Wert der pro Tag geschürften Coins beträgt derzeit 5 US Dollar und 50 Cent. Wenn jedoch viele Menschen auf der ganzen Welt am kostenlosen Schürfen teilnehmen, wird der Wert der Tipps Plattform steigen und der Wert der derzeit geschürften Coins wird von 5 US Dollar und 50 Cent auf 100 US Dollar explodieren. Und wenn mehr Menschen teilnehmen, wird er auf 1000 US Dollar explodieren. Wenn viele Menschen auf der ganzen Welt an der Tipps Plattform teilnehmen, werden zusätzlich zu den Coins auch Aktien entsprechend der Anzahl der geschürften Coins bereitgestellt. Ein auf die Tipps Plattform hochgeladenes Foto hat direkt mit Geld zu tun. Was meinen Sie? Sie ist eine sehr kluge und intelligente Frau. Ist Zeit Geld? Facebook, Instagram, Twitter sind Geldverschwendung. Sie hat ihre eigene Währung namens Tipps Coin herausgegeben und kann wie verrückt Geld drucken. Sie genießt jeden Tag und träumt davon, über Nacht Milliardärin zu werden. Der Grund dafür ist, dass sie die Zukunft der Tipps Plattform und die explosive Kraft der Plattform kennt. Später träumt sie davon, dass Tipps an der US-amerikanischen Nasdaq und der koreanischen KOSPI notiert wird. Die Person, die die Tipps Coin geschaffen hat, ist ein Koreaner namens Ja Gwan Sang. Wenn Sie eine Person sind, die Ihre Versprechen hält, können Sie mit der Tipps Coin zukünftige Bitcoins besitzen und reich werden. Zum Schluss werde ich Ihnen noch einen anderen Weg nennen, um reich zu werden. Wenn Sie in Finanzen investieren wollen, investieren Sie in koreanische Aktien. Ich bin ein Investment-Genie. Sehen Sie sich meinen Haupt-YouTube-Kanal an. Der Haupt-Kanal zeichnet die Rendite in Videos auf. Die Rendite der Aktien, in die ich investiert habe, beträgt 1000%. Das ist eine tatsächliche Rendite. Ich habe meinen Aktienbericht in PowerPoint kopiert und hochgeladen. Wenn Sie auf meinem Haupt-Kanal kein Koreanisch können, engagieren Sie für einen Tag einen Koreaner, der für Sie dolmetscht. Ich bin ein Investment-Genie, das viel Geld verdient. Korea ist ein Land, das sehr schnell wächst. Investieren Sie in das Land von BTS. Lassen Sie mich Ihnen einige Informationen darüber geben, wie Sie viel Geld verdienen können. Also, wie Sie haben Ihre Eingangs-Greume-Kanal-Kanal-Kanal-Kanal-Kanal-Kanal-Kanal-Kanal-Kanal.